Willkommen zu einer neuen Podcast mit dem Jasche-Olexus und ich habe euch ja versprochen, dass wir progressbar noch mit dieser Motta-Picca durchspielen. Deswegen, oh, es geht ja gleich weiter. Neues Spiel, jetzt gehen wir hier 20 rote Teile fangen. Ist euer Ernst? Das machen wir aber nicht. Wir probieren gerade, diese Teile hier aufzusammeln. Bisschen heute von der Rolle. Also die Windows 98 Videos, ich muss da einige löschen. Egal warum. Ich habe sie wie ein weiser Mann verwischt. Leute, du entwischst mir nicht. Oh ja, sammelt Informationen und kopiert Daten. Wird nur ein kurzes Video, weil wir wollen ja hier durch, wir wollen ja nur durchgehen. Äh, ihr progressbar. 7 wird nicht mehr unterstützt. Bedeutet eigentlich gar nichts. Genießen Sie es. Äh, hä, hä. Ja, wird nicht mehr unterstützt. Ja, Windows 7 haben gefakt. Die faken Windows. Wir machen es einfach immer so. Wir wollen keine roten einfangen. Eigentlich wollten wir das Spiel eigentlich durchspielen. Wir wollten schummeln. Übrigens, morgen kommt Let's Play Minecraft. Okay, ich fake gerade Minecraft. Und Minecraft Story Mode. Nur so. Ich habe einfach alle Spiele im Play Store gekauft. Ähm, Kappa. Ich habe mir nicht alle gekauft. Der, ich sag mal so, es gibt noch einige Sicherheitslücken in Google. Äh, 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 äh. Progressbar 8.1. 81. Schon SSD. Eine Hyper-Casual-Game. Oh, E-Game. Oh. Ich mag Windows 8.1 nicht. Oh. Das ist neu. Oh. Das ist neu. Leute, ich wollte euch eigentlich nur ein Kurzvideo werden, weil wir heute, weil ich heute euch nur zeigen wollte, was passiert, wenn man fertig ist. Kann man Ladschorn gewinnen. Wow. Das tat gerade weh. Uh. Perfekt. Das will ich auch hoppen. Für dich. Progressbar. Sag niemals dem Schorn, dass er, dass er nicht gut in diesem Spiel ist. Ansonsten wirst du nämlich zerquetscht installieren. Installation wird zwischen 5 und 10 Sekunden dauern. Okay. Okay. Danke. 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 Eigentlich sind 8.1 und Windows 10 sich identisch. Hä? Der Computer meint. Doch nicht. Wo ist das Perfektionist? Ich will das nicht. Okay. Die laden schon. Warum 0,2? Das war's Leute und bis nächsten Video und ich hoffe es hat euch gefallen. Tschüss!